bitteschön habt dank master kenway nun sagt mir was ihr benötigt die bilder auf diesem amulett kommen sie euch bekannt vor habt ihr so etwas vielleicht bei einem der stämme gesehen es scheint von den kanien kehaka zu sein könnt ihr es einem bestimmten ort zu ordnen ich muss wissen wo es her kann mit meinen forschungen vielleicht mal sehen was ich tun kann thomas was miete durch ein zimmer wir werden wohl eine weile hier sein ok johnson botengang entschuldigung 11770 ach so hier oben geht es gleich weiter ok das ist anscheinend hauptmission aber hier kann ich nicht interagieren also muss kurz zu dem malzeit matematik und karten reichen nicht Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne entjahnt, Pascal. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Church, aber er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich frage mich gerade, wen ich als nächstes an Werber wohl an? Oh man. Na, jetzt holen wir die Trapone. Irgendwie richtig geile Stimmung hier. Das kommt richtig gut rüber. Da können wir wieder Spielchen spielen. Hier richtig Gaudi. Was da hinten? Na, geht's weiter. Auch irgendwie Spiel spielen. Oder? Ja, Wölfel-Symbol dürfte Spiel spielen sein. Auch irgendwieen. Das ist auch unreal. celler oder geht's. Wunderbar. Da ist er sprachlos. Was macht der? Ich zeige euch wie. Hallo Schwein. Und erhört. Ganz katalüses Benehmen von einem, der Chirurg werden will? Kann er vergessen, wenn der Reiter so viel trinkt? Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern wären sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt. Bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche hier etwas Höheres. Hat euer Haus ein Eisen verloren? Muss das Zaumzeug gerichtet werden? Fug Schnee Collins in der Needle Street ist euer Mann. Okay. Erste Kletter-Action. Ich gehe gleich mal hier hoch. Ne? Und. Komm. Ja. Ja. Das packt er schon. Höpp. Ach, da hinten muss ich hin. Okay. Oh. Das wird wehtun. Oh Gott. Und hoch mit dir. Hoch hinaus, hoch hinaus, hoch, hoch, hoch hinaus. Ui. Der Adler. Oh. Der hat nur einen Gänzhaut. Und synchronisieren. Oh. Was ein Cheese, Alter. Alter, wie er da steht. Geil. Dann höre ich mir zu. Mit ein bisschen Glück. Das andere von denen, wo wir gehen müssen. Woah. Geil. Hä? Okay. Gut zu wissen, dass das geht. Okay. Das ist irgendwie bei keiner Belauschung scheitern. Scheiße. Hinten sind noch welche. Geh ich aber mal lieber wieder hoch. Das war jetzt aus Versehen, dass ich runtergefallen bin. Scheiße. Ich bin so nicht weg, oder was? Scheiße. Wo kommt denn der jetzt her? Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Seit wann können die so gut klettern? Das, was wird? Das ist doch scheiße, ist das? Ah, Mann. Einige Ziele können sie beim Lauschangriff entdecken, während sie belauschen. Damit ihre Chance hat. Danke für den langen Text. Hä? Hä? Ach, das sind diese neuartigen Abkürzungen. Geil. Johann Gerber, unerreichte Qualität, jahrelange Erfahrung. An alle Weber, der geschätzte Handwerker, Peter Witzel, lädt zur Demonstration seiner neuesten Exküge vor. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Okay, was sind die neuen Dinger zum abkürzen? Hä? Jetzt fahren wir wieder da lang. Äh, saugert. Können die dadurch folgen? Können sie nicht? Ja. Geil! Ganz ehrlich, ich muss jetzt mal irgendwie eine Mission da hinkriegen Gibt's doch nicht Da sind die, die ich belauschen will Haut schon nicht mich auf Nein Nein Ihr wollt mich doch ganz ehrlich verarschen, oder? Ey, das Spiel manipuliert mich ganz ehrlich Irgendjemand durchlaufen in der Zweiergruppe So irgendwie so Das sehe ich ja besser so Das sind nicht die Leute, mit denen man sich anlegen will Gut Irgendwie geschafft Wart mich nicht weh, aber irgendwie Hallo, ich wollte eben kurz nutzen Das macht's auch süchtig Das beste ist, wenn ich mich irgendwie auf ne Bank pflanze So, fall ich nicht auf Vergiss es Die Lügen Nein Was soll ich tun? Drogen bringen nichts, oder wenn ich gucke? Taten sagen mehr als tausend Worte, mein Freund Pack einen von ihnen an den Schaltstock Mal sehen, was ja dann so bravelt Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie weit Lieder über uns Das letzte, was wir brauchen, sind Stadtscheier, die sich über unsere Macht missbraucht beschweren Dann vergiss es Das Gräuel ist getan Die Wörter sind fort Oh, die, die was wissen werden, nichts sagen Wenn die Stadt solche Schufte duldet Soll sie auch den Preis dafür zahlen Das garantiere ich dir Okay Scheiße Wir brauchen hier drüben Hilfe Alles, was ihr jemals brauchen könntet, hab ich hier für euch zusammen Allein Die Stadtschonen Spielen Knoblauch Oh, ruhig Na, das ist mal ein gewöhnlicher Blick Hört her Diese Wunschung Schlafen Scheiße.